Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fotoaufnahmen in 3, 2, 1 Nein, halt! Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen dich besuchen. Die Bronze kommen nach Peru. Macht euch bereit! Da kommt er! Oh, was für ein schöner Korn. Hola! Gut gebaut, stark, schön. Und das ist nur das Boot. Hola! Tante Lucy! Penningsen! Wir sind da! Tante Lucy! Ich fürchte, sie ist zu einer Art Mission aufgebrochen. Tief in den Dschungel. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Und jetzt muss ich sie finden. Aber der Amazonas ist ganz schön. Groß. Wir müssen es versuchen. Und ich habe Zuversicht, dass ihr überlebt. Das wird toll! Dann kann ich euch meine Heimat zeigen. Naja, wir wollten ja einen unvergesslichen Urlaub. Täusche ich mich, oder wird es gerade leicht wackelig? Ich steuere offenbar das Boot! Aha! Willkommen in Peru!